Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum Winter, also der Trockensaison in der Serie 34 in Forza Horizon 5. Wir schauen heute auf ein neues Fahrzeug, wobei nach dem letzten Video und euren Kommentaren habe ich festgestellt, es sind auch einige schon echt lange dabei im Forza Franchise. Also viele von euch kennen wirklich die ersten Teile von Forza Motorsport. Also schon wirklich, ja man kann sagen fast 20 Jahre jetzt am Start und einige sind natürlich auch mit Forza Horizon 1 schon eingestiegen. Ja und den 1980er Lotus Esprit, den wir heute freischalten, der ist jetzt eben auch nur für Horizon 5 ganz neu. Denn einige von euch kennen den Wagen dann vielleicht schon aus den alten Forza Motorsport Teilen. Ihn gab es nämlich auch schon mal in Forza Motorsport 4, auch wenn das natürlich jetzt auch schon über ein Jahrzehnt wieder her ist. Wir brauchen also wie immer erstmal 20 Punkte in der Festival Playlist, um an das Fahrzeug ranzukommen. Lasst uns daher mal mit dem Forza Ton starten und den ersten 5 Punkten sowie 80 Forza Ton Punkten, die uns dann aufs Konto gutgeschrieben werden. Wir brauchen den 1994er Ferrari F3 55 Berlinetta, mit dem wir, nachdem wir auf die Straße gefahren sind, erstmal eine Mindestgeschwindigkeit von 290 erreichen sollen. Ja, das schafft der Wagen auch in der Serie, allerdings wird es ein bisschen zäh ab 260, daher ist die Autobahn sehr empfehlenswert als Rennstrecke. Dann sollen wir ein Straßenrennen gewinnen, gemeint sind diese Woche die Straßenrennserie Veranstaltungen, also die blauen Veranstaltungen. Ich habe das Ganze mit einem Sprintrennen erledigt, falls die Rundkurse nicht zählen sollten. Zu guter Letzt sollen wir noch ein Foto machen und dann ist der Forza Ton auch schon erledigt. Fünf Punkte sind dann also schon mal auf unserer Playlist gutgeschrieben und dann gibt es natürlich wie immer noch die täglichen Forza und Herausforderungen für jeweils einen Punkt und zehn weiteren Forza und Punkten. Wir sollen zum Beispiel jetzt ein beliebiges Auto aus den 1980ern fahren. Ja, wir können ja beispielsweise mal den Lotus Esprit Turbo dann Probe fahren, dann ist beispielsweise auch hier die Aufgabe schon erledigt. Die gleichen Belohnungen gibt es natürlich auch bei anderen täglichen Forza und Herausforderungen, die wir allerdings erst nach und nach im Laufe der Woche freischalten. Schauen wir mal in den Forza und Shop, da gibt es diese Woche den Lotus Evaya aus 2020 für 650 Forza und Punkte und es gibt auch die Lotus Elise GT1 für 550 Forza und Punkte. Dann gibt es eine Hupe hier zu kaufen sowie ein Oberteil im Fahrrädrueder Löwenstil und die Grid Reapers Cap, falls ihr die noch nicht besitzt. Dann schauen wir mal auf die wöchentliche Prüfung und die nennt sich Zurück in die 90er. 90er. Wir bekommen den BMW M1 freigeschaltet, vor allem aber auch zehn Punkte Fortschritt für die Festival Playlist, wenn wir in einem 90er BMW in der B-Klasse bis maximal 700 gemeinsam mit unseren Online-Teammates die unschlagbaren Driver-Tage besiegen. Ja, das Ganze findet in der Straßenrennserie statt. Wenn du also ein eigenes Tuning ansetzen möchtest, solltest du das natürlich bedenken. Dann schauen wir auf die zwei Eventlab-Veranstaltungen und die kann ich euch wirklich ans Herz legen in dieser Woche, denn ihr dürft ohne Driver-Tag-Konkurrenz fahren. Also mit anderen Worten, es geht einfach nur darum, die zwei beziehungsweise drei Runden zu absolvieren, die hier von einem Community-Mitglied gebastelt worden sind. Das ist echt schnell gemacht und wie gesagt, es geht hier völlig ohne Konkurrenz, also sechs weitere Punkte sind hier schnell verdient. Dann gibt es ein Schaurennen-Remix-Rennen und das gab es ja schon lange nicht mehr, aber es gibt natürlich einen passenden Anlass, denn das ursprüngliche Schaurennen fand mit einem Lamborghini Countach statt. Und jetzt gibt es den Revival sozusagen dafür, den Lamborghini Countach LPI 800 im Schaurennen-Remix. Und wir bekommen natürlich auch noch fünf Punkte sowie eine weitere Autohupe freigeschaltet. Dann gibt es diese Woche eine saisonale Spielplatzpartie mit dem Titel König der Welt. Wir können in einem Rallye-Monster der S1-Klasse an den Start gehen. Bleiben wir bis zum Ende drin, kriegen wir drei Punkte und eine Autohupe, die jetzt auch zum Thema passt, also zum Motto Horizon Retrowave. Ja, dann gibt es zwei saisonale PR-Stunts. Hier müssen wir in einem Fahrzeug aus den 1980ern antreten, das in der A-Klasse ist. Übrigens, ich habe beide PR-Stunts im Ferrari F40 gemacht in der Serie und da funktioniert das ganz gut. Ihr seht auch hier, ja, nochmal anhand des Videos, dass man hier die beiden Herausforderungen auf jeden Fall schaffen kann. Wir müssen mit 136,8 kmh bei der Blitzerzone im Ziel sein und beim wegbereiter Stadtflucht müssen wir mit einer Restzeit von 40 Sekunden im Ziel sein. Beides nicht ganz easy, aber wie gesagt, der Ferrari F40 in der Serie eignet sich hier für beides eigentlich meines Erachtens nach gut. Dann verbleiben bei unserer Playlist noch zwei saisonale Meisterschaften und die bringen uns jeweils fünf Punkte sowie einmal den Nissan GT-R aus 1971 und dem Mercedes-Benz 190 Evo. Ja, also beides nochmal Fahrzeuge, die wahrscheinlich auch die meisten von euch schon haben, aber vor allem die zehn Punkte insgesamt sind ja doch wieder ganz schön für die Playlist, insbesondere wenn ihr vielleicht auch die wöchentliche Prüfung auslassen wollt. Anschließend, ihr seht's, es gibt diese Woche keine Schatzsuche und keine Sammelobjekteaufgabe und auch keine Horizon Open Belohnungen, aber es gibt die Photo Challenge mit dem Hashtag 3000. Fotografiere den 1997er Mitsubishi GTO beim Gran Telescopio, oben auf dem Gran Caldera Vulkan. Das ist auch ausgeschildert, aber dennoch auch nochmal hier eingeblendet für die Schnellsuche sozusagen, wo sich das genau befindet. Dort also hinfahren, das richtige Fahrzeug auswählen, ein Foto machen, dann gibt's eine weitere Autohupe und nochmal zwei Punkte. Die standardmäßige Battle Royale Herausforderung, der Eliminator, wartet zudem auf uns. Wir können, wenn wir unter die Top 30 kommen, noch einmal zwei Punkte sammeln und auch nochmal eine weitere Autohupe freischalten. Wie immer stehen dann vielleicht noch für euch die Monatsrivalen aus und zu guter Letzt gibt es diese Woche natürlich auch wieder insgesamt sieben Punkte je Expansion, also aufgeteilt auf jeweils zwei Punkte für einen PR-Stand und fünf Punkte für eine saisonale Meisterschaft, sowohl bei der Rallye-Erweiterung als auch bei der Hot Wheels Expansion. Wir schauen nun zunächst auf den Serienfortschritt bei 80 Punkten, den ich dann auch diese Woche freigeschaltet habe, den Hyundai N-Vision 74 und was genau das Besondere an diesem Konzeptfahrzeug ist. Zunächst fällt da das typische Retro-Design ins Auge, das auch mit der Namensgebung in Verbindung steht, denn das Design ist angelehnt an das erste Konzeptfahrzeug der Marke Hyundai im Jahr 1974, also sieben Jahre nach Gründung, dem damaligen Pony Coupé-Konzept. Und von dem hat es einige Linien übernommen und dessen moderne N-Vision Interpretation sehen wir jetzt hier als ein sehr besonderes Fahrzeug, denn das was es hier nämlich wirklich einzigartig macht, ja das ist das was unter der Heck- und Fronthaube steckt, nämlich die Kombination aus einem Brennstoffzellenantrieb und einem Elektroantrieb, also sozusagen ein Brennstoffzellen-Hybrid. Im Heck sitzt nämlich bei diesem Fahrzeug dann kein normaler Tank, sondern wie wir hier sehen können, sind zwei Wasserstofftanks untergebracht, H2 chemisch betrachtet, deswegen steht auch hier außen bei den Deckeln, wo man sie befüllt, in Englisch H2 geschrieben, was auf Deutsch ja H2 bedeutet. Ja, diese Wasserstofftanks versorgen dann die Brennstoffzelle in der Front, wo auch bei regulären Verbrennerfahrzeugen der Motor sitzt und sorgen dafür, dass quasi aus dem oxidierten Wasserstoff zum einen das Endprodukt Wasser entsteht, also H2O und natürlich die Energie gewonnen wird, die dann die Batterie, eine 62,4 Kilowattstunden Batterie im Fahrzeug auflädt. Sozusagen zunächst der sauberste Antrieb, wenn man insbesondere das Endprodukt betrachtet, denn das ist eben reines Wasser. Allerdings darf man hier nicht ganz vergessen, dass auch die Gewinnung des Wasserstoffs erstmal ganz schön Energie benötigt. Und ja, da kommt es wieder auf den Energiemix an, denn auch das kann ja dann letztlich umweltschädlich sein. Ja, übrigens der Wirkungsgrad ist ähnlich wie bei Elektrofahrzeugen, was die Brennstoffzelle angeht, also 60 Prozent, bei Elektrofahrzeugen ungefähr 65 Prozent und liegt damit deutlich höher als bei konventionellen Verbrennermotoren, die so zwischen 30 und 40 Prozent liegen. Die Energie, die dann gewonnen wird, die in der Batterie zwischengespeichert wird, die in T-Form als Modul unter der Fahrgastzelle eingebaut ist, ja, die sorgt dann dafür, dass das Fahrzeug mit zwei Elektromotoren, die die Hinterachse antreiben, insgesamt 680 PS leisten kann. Interessant ist dabei auch die Energiedichte des Wasserstoffs, denn die mit 4,2 Kilogramm füllbaren Tanks ermöglichen eine Reichweite von etwa 600 Kilometern. Allerdings ist das nicht wirklich relevant, da das Fahrzeug aktuell nur zu Testzwecken für Journalisten und Hyundai's Entwicklungsabteilung auf geschlossenen Strecken zur Verfügung steht. Auch wenn es zwar Gerüchte gibt, dass, wie ich finde, dieses optisch sehr, sehr coole Fahrzeug in einer Kleinserie produziert werden soll, gibt es eigentlich keine offiziellen Ankündigungen von Hyundai, zumal die Entwicklungskosten so hoch sein würden, dass der Preis wahrscheinlich die meisten interessierten Käufer ausschließen würde und es eher so in die Richtung Bugatti gehen müsste. Also, ich denke mal, das hier wird für immer auch ein Konzept bleiben. Vom Konzept dann zu etwas ganz Realem, dem Lotus Esprit Turbo aus 1980. Übrigens ein netter Funfact zum Lotus und dem Urkonzept vom Hyundai Pony aus 1974 vorneweg. Beide Fahrzeuge wurden vom gleichen Designer, Giorgetto Giorgio, designt, dessen Designstudio auch den N-Vision wieder überarbeiten durfte. Also, eine enge Verbindung zwischen all den Fahrzeugen, obwohl man das vielleicht nicht auf den ersten Blick vermuten würde. Der Esprit Turbo entstammt der zweiten Generation des zwischen 1977 und 2002 gebauten Esprit Modells, die zwischen 1980 und 1987 gebaut wurde. Der Turbo stellte in der zweiten Generation das Top-Modell dar, also das, was wir jetzt hier gerade anschauen, und verfügt über einen rein Vierzylinder-Motor mit Turboaufladung und einer Leistung von 208 PS. Mit dem Fünfganggetriebe, damals von Citroën geliefert, konnte man so eine Höchstgeschwindigkeit von 241 kmh erreichen und laut Lotus-Angaben in 5,6 Sekunden auf 100 beschleunigen, was sehr respektable Fahrleistungen der damaligen Zeit waren. Jedoch stellte sich in der Praxis heraus, dass Lotus, sagen wir mal, sehr optimistisch an die Leistungsangaben heranging, denn oftmals verfehlte der Lotus die Beschleunigungszeiten deutlich und landete in den 6-Sekunden-Bereichen, was seinem sportlichen Ruf ziemlich schadete, zumindest zu Beginn, da auch der Vierzylinder nicht unbedingt das war, was Sportwagenfans in Europa erwartet hatten, die, ja, das Prestige eines großen V8-Motors oder eines rein Sechszylinders oder beispielsweise des mittlerweile etablierten Sechszylinder-Boxermotors von Porsche gewohnt waren. Somit also, ja, einige wichtige Fakten und interessante Zusatzinfos zu den beiden neuen Fahrzeugen, die wir jetzt in dieser Woche angeschaut haben. Wie gesagt, für den Hyundai N-Vision habt ihr ja die ganze Serie Zeit, also wer jetzt noch keine 80 Punkte hat, kann das natürlich auch nächste Woche noch fertig machen. Erst danach ist der Wagen dann nur noch über das Auktionshaus zu bekommen. Und damit sind wir am Ende der dieswöchigen Forza-Wochenausgabe angelangt. Ich bedanke mich wie immer bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir viel Spaß beim Freischalten und freue mich, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Übrigens ein kleiner, ja, Add-on am Ende dieses Videos. Am 9. Juni findet ein großes Xbox- bzw. Microsoft-Show-Event statt. Xbox Game Studios und alle Töchter- und Partnerstudios planen ungefähr 30 Spiele zu veröffentlichen. Einer der erwarteten Favoriten ist dabei unter anderem Forza Horizon 6. Seid also mal gespannt, ob es Infos gibt dazu und welche Infos wir erwarten dürfen. In jedem Fall, wenn es was Spannendes gibt, und das erwarte ich, dann gibt es auch ein passendes Video am Sonntag dazu. Daher nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren und dann sehen wir uns natürlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao.